Ey, yo, Mann, ich bin Century C und will ein neues Lied rausbringen. Ja, kein Problem, passt der Beat. Ja, hat leichte Among Us-Vibes. Das ist nicht von Among Us, aber egal. Ich bin schon bereit, nimm auf jetzt. Warte, hast du schon einen Text geschrieben? Nein, es ist ja egal. Ich sag einfach irgendwas. Okay, let's go. Ey, wie kann ich homophob sein? Meine Bitch ist gay. Ich liebe Äpfel, aber kein Apfelsaft. Sogar der Stock ist gay. Vater sagt, nachts ist es kälter als draußen, aber flach ist die Welt. Kein Plan, was ich jetzt sage. Hauptsache, ich verdiene mein Geld. Ich bin sehr gut in Mathe. Zum Beispiel 5 plus 5 ist 8. Es ist 15 Uhr, ich sag gute Nacht. Ich mag Orangen, aber kein O-Saft. Stopp, alles, was du sagst, ergibt gar keinen Sinn, Bro. Yo, muss es Sinn ergeben? Hauptsache, es klingt gut, Bro. Okay.